Der Waschbär. Graue Farbe, lange Pfoten und Hunsik. Das ursprünglich aus Nordamerika stammende Säugeltier verirrt sich manchmal auch ein fremdes Gefilde. Fremdes Gefilde kann zum Beispiel eine Küche sein. Wenn Waschbären dann erwischt werden, können die pelzigen Jäger auch mal schnell aggressiv werden. Was machst denn du? Oh, sorry, tut mir leid, tut mir leid. Wo steht die Scheiße? Nee, äh. Hey. Ich seh mich nicht. Oh. Was ist das? Nee, das ist einfach nicht. Das war genau. Nein. Geh durch, geh durch. Du bist so ein Assi, ganz ehrlich. Ha, ich hab dich versenkt. Ich komm hier nicht rein, Mann. Ja, du Hunsik. ... Hallo. Kriegst du zurück? Wo seid ihr? Hey, ey. Was geht ihr ab? Ich kann Dich abbiegen. Nein. Ich dachte geradeaus, dass man nicht Fehler drücken hat. Ich müsst nur Ruhe erklären. Du stehst, du lebst da doch. Es ist wohl nicht runter, es ist wohl nicht runter, invertiert oder? Nein, mann, invertiert, bin noch nie invertiert, geflogen, nein, wein, ach mann. Was machst denn du? Oh, sorry, sorry, tut mir leid, tut mir leid. Ich brauch doch bloß ne Hohenzahl. Ich bin grad aufgeregt. Oh nein, 10.15. Ich hasse das. Mann, ich, ey! Noch ein? Ja, ich hab doch gecallt, dass ich ne 3 bekomm, ich komm doch auf das Scheißfeld. Mann, das gibt's doch nicht, ganz ehrlich. Ah, da liegst du mehr. Ich bin letzter! Mann, das kann doch nicht sein! Ja, wir lernen ja was für dich. Ey, das kann... Letztens bin ich bei der gleichen Rundenanzahl. Ich brauch so keiner weiter als die. Ach so, die machen dunkel. Ja. Ach fuck, 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 ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Nein, 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 nein! 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 Ey, wie viel hast du? Hast du ich da weggesetzt? Oh Gott im Himmel! A confidence. A building, wenn ich das zu tun? heads auf! kep yourم kommst,? Bis zum nächsten Mal.